Oh shit. Wusstet ihr, dass es ein Jackass Spiel für die PS2 gibt? Nein? Das weiß so gut wie niemand. Außer mir, weil ich es besitze. Das Spiel ist der heiße Scheiß. Solltet ihr, dass es lustig ist, weil er kleinfüchsig ist? Und das ist lustig, weil er fett ist und auf die Schnauze gefallen ist. Der fett, der auf dem Scheiß... Hallo, ich bin Johnny Knoxville. Willkommen zu Jackass, das Spiel. Oder so. Nur mit dem Unterschied, dass die Minispiele hardcore sind. Seht ihr? Ey, ich glaube, ich bin Johnny Knoxville und ich rolle den Sand runter. Und mein Ziel ist es, mich möglichst viel zu verletzen. Und natürlich ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen. Soll ich da runterfalle? Oh shit. Johnny? Johnny? Mein Ziel ist es übrigens, unten anzukommen. Oh, komm schon. Nein! Die Zeit ist... Ich bin viel zu langsam. Fall bitte daneben. Ich habe die erste Mission geschafft. Ich habe eine Verletzung im Wert von über 100.000 Dollar erreicht. Triff eine Matratze. Es gibt hier also Matratzen. Okay, wir suchen nach einer Matratze. Da drüben ist die Matratze. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Da. Shit. Stirbt Johnny Knoxville. Seht ihr, das ist da vorne. Das ist eine 1a Matratze. Ich würde lieber sterben als mir... Ja! Ja! So, dieses Mal... ...werden wir... ...im Wasser landen. Okay, cool. Drei Missionen gemacht. Ich denke, das ist erstmal genug für das Spiel. Oh! Ich habe die Pachinko-Clippe bei Herausforderungsmodus freigeschaltet. Was für eine Enttäuschung. Hallo, ich bin Johnny Knoxville. Hi, Johnny. Hallo. Bringen wir den Elefanten um. Hm. Hm. Oh, nein! Das ist das beste Minispiel bisher. Wahnsinn. Oh, ich mache das Schiff kaputt. Okay. Nee, das mache ich nicht kaputt. Das ist außerhalb des Bereichs. Gott, dieses Spiel ist so viel aufregender als meine Erinnerung. Ihr glaubt es gar nicht. Verdrück dich in eine Helferhütte. Was? Ich war bei einer Helferhütte? Fahren wir alle Flaggen um. Nummer eins. Nummer zwei. Ich kann den Ersterhelfer fahren. Nummer drei. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so eine Art Minigolf-Champion, müsst ihr wissen. Nummer vier. Ja! Gehen wir aus dem Weg, Helfer. Fünf. Ab jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Das ist die sechs. Sieben. Acht. Da hinten ist das Finale. Na, shit, die ist doch, die ist hier. Neun. Und jetzt müssen wir nur noch lange in der Luft bleiben. Damit hätten wir auch das geschafft. Ich muss nur noch zwei Helfer überfahren. Scheiß, schaffe ich hier auch. Gehen wir aus dem Weg. Ist da drüben noch einer? Nein, wo ist der andere? Da ist er. Wundervoll. Jetzt muss ich mir nur noch selbst eine Verletzung in den Wert von 10.000 Dollar hinzufügen. So, und zwar werde ich einfach... Ja, okay. Das war jetzt gar nicht mal so viel wie geplant. Kostüm 1 für Johnny! Oh mein Gott, ich habe ein Kostüm für Johnny freigeschaltet. Das ist so aufregend ohne Musik. Und Soundeffekte. Hallo. Hi, Johnny. Beginnen wir mit dem geschmeidigen, geschmeidigen Vorort-Dingensborden. Das ist so aufregend. Ich glaube, mir fehlen die Worte. Ich suche gerade nach Mülltonnen, die ich umwerfen kann. Hey, ich habe diese Mission geschafft irgendwie. Vorne ist eine Mülltonne. Die werde ich sowas von umwerfen. Cool. Jackass Wohlmobil! Yes! Er hat zwei Missionen um genau zu sein geschafft, außer die, die ich tatsächlich schaffen wollte. Hi, ich bin Johnny Knoxville. Und das ist der Dachkarrenhalter. Habe ich recht. Habe ich recht. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Zum schleudigen antippen. Okay. Bremsen. Was? Ich glaube, ich muss dir bremsen. Was ist der Sinn des Ganzen? Okay. Du hast gewonnen. Wow. Und hier haben wir das letzte Winnie-Spiel. Der Partyjunge. Oh Gott, wirklich. Vor allem, weil ich die Musik ausgemacht habe, hören wir keine Musik. Das macht es noch sehr viel aufregender, möchte ich mal so anmerken. Alter, seht ihr die Combo? Fuck. Ich bin so eine Art Dance-Machine. Die same ist halt so were . Ich bekacht. Wie lang geht das noch? Oh Gott! Wie lang geht das noch? Punkte statt von 500 oder 750. Als ob. Als ob. Als ob ich das machen würde. Ah, das sind übrigens die Kostüme, die wir freigestaltet haben. Cool. Fucking dick aus.